Ein paar Mal in meinem Leben bin ich so froh gewesen, dass ich vor Freude nicht aus noch einwusste. Einmal als ich klein war und Jonathan mir zu Weihnachten einen Rodelschnitten geschenkt hatte, für den er lange hatte sparen müssen. Und dann als ich nach Nangiala kam und Jonathan unten am Fluss entdeckte. Und dann noch an jenen ersten unvergesslichen Abend auf dem Reiterhof, als ich vor Freude ganz närrisch war. Aber nichts, nichts kommt demgleich, als ich Jonathan bei Matthias auf dem Fußboden fand. Oh, dass man sich so freuen kann, so dass einem das Herz im Leibe lacht oder wo man sich sonst freut. Ich rührte Jonathan nicht an, ich weckte ihn nicht, ich stieß kein Jubelgeschrei aus oder tat sonst was. Ich legte mich nur ganz still neben ihn und schlief ein. Wie lange ich geschlafen habe, ich weiß es nicht, wahrscheinlich den ganzen Tag. Aber als ich dann aufwachte, ja, als ich wach geworden war, saß Jonathan neben mir, auf dem Fußboden. Er saß nur lächelnd da und niemand kann so nett aussehen wie Jonathan, wenn er lächelt. Ich hätte befürchtet, es sei ihm vielleicht nicht recht, dass ich gekommen war und hatte geglaubt, er hätte seinen Hilferuf vielleicht schon vergessen. Doch jetzt sah ich ihm an, dass er genauso froh war wie ich. Und nun musste auch ich lächeln. Und wir hockten da und guckten uns nur an und sagten eine Weile dann gar nichts. Du hast um Hilfe gerufen, sagte ich schließlich. Da lächelte Jonathan nicht mehr. Warum hast du gerufen, fragte ich. Es musste etwas sein, woran er nicht einmal denken konnte, ohne dass es ihm wehtat. Er schien mir kaum antworten zu wollen, so leise klang es. Ich habe Kattler gesehen, sagte er. Ich habe gesehen, was Kattler tut. Ich wollte ihn nicht mit Fragen nach Kattler quälen. Und außerdem gab es ja so viel zu berichten, vor allem von Yossi. Yossi, Jonathan konnte es kaum glauben. Er wurde ganz blass und weinte beinahe. Yossi, nein, nein, nicht Yossi, sagte er. Und Tränen traten ihm in die Augen. Doch dann sprang er auf. Das muss Sophia sofort erfahren. Aber wie denn, fragte ich. Einer von ihren Tauben ist hier. Sagte er. Bianca, sie fliegt heute Abend zurück. Sophias Taube. Also doch. Ich erzählte Jonathan, dass ich allein dieser Taube wegen jetzt bei ihm und nicht in der Kattlerhöhle war. Bestimmt ist es ein Wunder, sagte ich, dass ich unter allen Häusern hier im Heckenrosenthal gerade auf das stieß, in dem du bist. Aber hätte ich Bianca nicht gesehen, wäre ich weitergeritten. Danke, dass du draußen gesessen hast, Bianca, sagte Jonathan. Aber länger konnte er mir nicht zuhören. Die Zeit drängte. Er kratzte mit den Nägeln an der Luke. Es klang wie Mäusekrasche. Gleich darauf öffnete sich die Luke. Und Matthias schaute herein. Und der kleine Krümel schläft immer noch, begann Matthias. Aber Jonathan ließ ihn nicht aussprechen. Bitte, hol sofort Bianca, brachte er. Sie muss losfliegen, sobald es dunkel wird. Er erklärte, weshalb. Und erzählte Matthias von Yossi. Matthias schüttelte nur den Kopf, wie alte Menschen es tun, wenn sie betrübt sind. Yossi. Ich wusste ja, dass es einer aus dem Kirschtal sein muss, sagte er. Und seinetwegen sitzt Orwa nun in der Kattlerhöhle. Mein Gott, was gibt es doch für Menschen. Dann schloss er die Luke und ging Bianca holen. Es war ein gutes Versteck, das Jonathan bei Matthias gefunden hatte. Eine kleine geheime Kammer, ohne Fenster und Türen. Nur durch die Luke hinter dem Schrank konnte man hinein- und hinauskommen. Möbel gab es daran nicht. Nur eine Matratze zum Schlafen. Und dann eine alte Stalllaterne, die das Dunkel ein wenig erhellte. Im Schein dieser Laterne schrieb Jonathan eine Botschaft an Sophia. Der auf ewig verdammte Name des Verräters lautet Yossi, der Goldhahn. Jonathan, mach ihn rasch unschädlich. Mein Bruder ist jetzt hier. Bianca kam deshalb gestern Abend hergeflogen, um mitzuteilen, dass du fortgeritten bist, um nach mir zu suchen, sagte Jonathan dann zu mir. Also hat Sophia das Rätsel lösen können, das ich an die Küchenwand geschrieben habe, als sie mit der Suppe kam, sagte ich. Welches Rätsel? fragte Jonathan. Ich erzählte ihm, was ich geschrieben hatte. Damit Sophia sich keine Sorgen macht, sagte ich. Da lachte Jonathan. Keine Sorgen macht? Glaubst du das wirklich? Und ich? Was meinst du wohl, wie sorglos ich war, als ich erfuhr, dass du irgendwo in den Bergen von Langiala bist? Ich muss wohl recht beschämt ausgesehen haben, denn er tröstete mich sofort. Oh, mein mutiger, kleiner Krümel. Es ist ein Glück und ein Segen, dass du in den Bergen gewesen bist. Und ein noch größeres Glück ist es, dass du jetzt hier bist. Es war das erste Mal, dass jemand mich mutig nannte. Und ich dachte, wenn ich so weitermache, kann ich vielleicht Löwenherz heißen, ohne dass Jossi sich darüber lustig macht. Dann fiel mir ein, dass ich ja noch mehr an die Küchenwand geschrieben hatte. Etwas von einem Rotbart, der gerne Schimmel haben wollte. Darum bat ich Jonathan, seiner Botschaft noch eine Zeile hinzuzufügen. Das mit Rotbart stimmt nicht, sagt Karl. Ich erzählte auch, wie Hubert mich vor den Wölfen gerettet hatte. Und Jonathan sagte, dafür werde er ihm sein Leben lang dankbar sein. Als wir Bianca losschickten, zog die Abenddämmerung über dem Heckenrosenthal auf. Und überall in den Häusern und Gehöften, am Hang unter uns, gingen die Lichter an. Alles sah ruhig und friedlich aus. Man hätte glauben können, dass die Menschen dort drinnen bei einem guten Abendbrot saßen oder miteinander schwatzten, mit ihren Kindern spielten, ihnen Lieder vorsangen und es gemütlich hatten. Aber so war es nicht. Sie hatten kaum etwas zu essen und waren alles andere als froh und glücklich. Sie waren tief unglücklich. Tengels Männer mit ihren Schwertern und Speeren oben auf der Mauer brachten es ihnen schon in Erinnerung, falls sie es einen Augenblick vergessen sollten. In Matthias' Fenster brannte kein Licht. Sein Haus war dunkel. Und alles war so still, als wohnte dort keine Menschenseele. Aber wir waren da. Nicht drinnen im Haus, sondern draußen. Matthias hielt an der Hausecke Wache. Und Jonathan und ich schlichen mit Bianca im Heckenrosengebüsch umher. Heckenrosensträucher gab es Hund um den ganzen Matteshof. Und ich mag Heckenrosen gern, sie duften so gut. Nicht stark, nur zart. Doch mir kam der Gedanke, nie wieder werde ich Heckenrosen riechen können, ohne Herzklopfen zu bekommen. Und daran zu denken, wie wir in diesem Gesträuch umherstichen, Jonathan und ich, so dicht an der Mauer, wo die Tengielmänner horchten und späten. Vor allem nach einem mit dem Namen Löwenherz. Jonathan hatte sich das Gesicht geschwärzt und eine Kapuze tief über die Augen gezogen. Er sah gar nicht mehr aus wie Jonathan. Nein, wirklich nicht. Aber auch so war es noch gefährlich genug für ihn. Jedes Mal, wenn er sein Versteck verließ, konnte es ihn das Leben kosten. Schlupf nannte er dieses Versteck. Hundert Mann fandeten Tag und Nacht nach ihm. Das wußte ich. Und das hatte ich ihm auch gesagt. Doch er meinte nur, ja, das können Sie meinetwegen gern tun. Er selber wollte Bianca losfliegen lassen, hatte er gesagt, um sicher zu sein, dass niemand dabei zusah. Die Mauerwächter hatten offenbar jeweils ein bestimmtes Stück der Mauer zu bewachen. Ein dicker Kerl trabte die ganze Zeit über oben auf der Mauer dicht hinter dem Matteshof hin und her. Vor ihm mussten wir uns besonders in Acht nehmen. Währenddessen stand Matthias mit der Stalllaterne an der Hausecke. Es war abgemacht, dass er uns Zeichen geben sollte. Wenn ich die Laterne tief halte, hatte Matthias gesagt, dürft ihr nicht einmal Atem holen, denn dann ist der dicke Dodik ganz nah. Halte ich aber die Laterne hoch, ist er hinten an der Biegung der Mauer, wo er meistens mit einem Kameraden schwatzt. Das ist der rechte Augenblick. Dann lasst Bianca fliegen. Und das taten wir. Flieg, Bianca, flieg, flüsterte Jonathan. Flieg über Nangialas Berge ins Kirschtal und hüte dich vor Jossis Pfeilen. Ich weiß nicht, ob Sophias Tauben wirklich die Menschensprache verstanden. Glaub aber fast, dass Bianca es tat. Sie hielt den Schnabel dicht an Jonathans Wange. Als wolle sie ihn beruhigen. Und dann flog sie davon. Sie schimmerte weiß in der Dämmerung. Gefährlich weiß. Wie leicht konnte dieser Dodik sie sehen, wenn sie über die Mauer flog. Doch er sah sie nicht. Wahrscheinlich schwatzte er und hörte und sah nichts. Derweil hielt Matthias Wache und er senkte die Laterne nicht. Wir sahen Bianca verschwinden. Und nun zehrte ich an Jonathans Arm. Ich wollte ihn so schnell wie möglich wieder in Sicherheit wissen. Aber Jonathan wollte nicht. Noch nicht. Es war ein so herrlicher Abend. Die Luft war lau. Es atmete sich so leicht. Er hatte wohl keine Lust, wieder in die stickige kleine Kammer zu kriechen. Keiner konnte das besser verstehen als ich. Zu Hause in der Stadt war ich ja auch immer in der Küche eingesperrt gewesen. Jonathan saß im Gras, hatte die Arme um die Knie geschlungen und sah ins Tal hinunter. Seelenruhig saß er da. Man hätte glauben können, er wollte die ganze Nacht dort sitzen bleiben, egal wie viele Tengil-Männer hinter ihm auf der Mauer auf- und abmarschierten. Warum sitzt du hier? fragte ich. Nur weil es mir gefällt, antwortete Jonathan. Weil mir das Tal in der Dämmerung gefällt und die laue Luft gefällt mir auch und die rosa Heckenhorosen, die nach Sommer duften. Mir geht es ebenso, sagte ich und die Blumen gefallen mir und Gras und Bäume und Wiesen und Wälder und hübsche kleine Seen und die Blumen gefallen mir und Gras und Bäume und Wiesen und Wälder und hübsche kleine Seen, sagte Jonathan. Und ich liebe es, wenn die Sonne aufgeht und wenn sie untergeht und wenn der Mond scheint und die Sterne leuchten und noch so allerlei anderes, was mir jetzt nicht einfällt. Das mag ich auch alles sehr gern, sagte ich. Das mögen alle Menschen gern, sagte Jonathan. Und wenn sie nicht mehr verlangen, kannst du mir dann erklären, warum sie all das nicht ungestört und in Frieden haben dürfen, ohne dass so ein Tengil auftaucht und ihnen alles verdirbt. Darauf wusste ich keine Antwort. Und da sagte Jonathan, komm, wir gehen jetzt lieber rein. Natürlich konnten wir nicht gleich loslaufen. Erst mussten wir wissen, wie es bei Matthias aussah und wo sich der dicke Dodik befand. Inzwischen war es ganz dunkel geworden. Matthias war nicht mehr zu erkennen, nur noch das Licht seiner Laterne. Er hält sie hoch. Kein Dodik da, sagte Jonathan. Los, komm. Aber gerade als wir losliefen, sank das Licht der Laterne blitzschnell nach unten und wir blieben wie angewurzelt stehen. Wir hörten Pferde herangaloppieren und dann langsamer werden. Und wir hörten, dass jemand mit Matthias sprach. Jonathan puffte mich in den Rücken. Gehen, flüsterte er. Geh zu Matthias. Er selber warf sich in ein Heckenrosengebüsch und ich ging zitternd und ängstlich auf den Lichtschein zu. Ich wollte nur ein bisschen frische Luft schöpfen. Hörte ich Matthias sagen. Es ist ja so ein schöner Abend. Schöner Abend? Höhnte eine raue Stimme. Nach Sonnenuntergang darf niemand draußen sein. Darauf steht Todesstrafe. Weißt du das nicht? Du bist ein ungehorsamer alter Großvater. Jawohl, sagte eine andere Stimme. Wo ist übrigens der Bengel? Da kommt er gerade, sagte Matthias. Denn jetzt war ich bei ihm angelangt. Die beiden auf den Pferden erkannte ich sofort. Es waren Feder und Kader. Na, willst du nicht heute Abend in die Berge und dir den Mondschein angucken? fragte Feder. Wie heißt du eigentlich, du kleiner Schlauberger? Hab deinen Namen wohl gar nicht zu hören gekriegt. Ich werde einfach Krümel genannt, antwortete ich. Das wagte ich zu sagen, denn diesen Namen kannte keiner. Jossi nicht und auch sonst niemand. Nur Jonathan, ich und Matthias. Krümel, auch ein Name, sagte Kader. Na, Krümel, warum sind wir wohl gekommen? Was glaubst du? Ich spürte, wie mir die Knie weich wurden. Um mich in die Kattnerhöhle zu schleppen, dachte ich. Wahrscheinlich tut es ihnen leid, dass sie mich laufen ließen. Und jetzt kommen sie, um mich zu holen. Was sollte ich sonst glauben? Ja, siehst du, sagte Kader. Wir reiten abends umher und kontrollieren, ob die Leute auch tun, was Tengiel befohlen hat. Ob sie gehorchen. Dein Großvater scheint ein wenig schwer von Begriff zu sein. Also erklär du ihm mal, dass es euch schlecht ergehen wird, wenn ihr nach Einbruch der Dunkelheit noch draußen seid. Und vergiss es nicht, sagte Feder. Nochmal kommst du uns nicht heil davon. Wenn wir dich da finden, wo du nichts zu suchen hast, merkt ihr das Krümel. Dein Großvater lebt oder stirbt, ist egal. Aber du bist noch jung und willst sicher später mal ein Tengelmann werden, nicht? Ein Tengelmann? Nein, lieber Tod, dachte ich, sagt es aber nicht. Ich war in solcher Herzensangst um Jonathan. Deshalb wagte ich die beiden nicht zu reizen, sondern antwortete brav, doch, das möchte ich schon. Gut, sagte Feder, dann darfst du auch morgen früh zur großen Landungsbrücke kommen und Tengel, den Befreier des Heckengroßentals, sehen. Er kommt morgen in seiner goldenen Schaluppe über den Fluss der uralten Flüsse und legt an der großen Brücke an. Als sie dann endlich losreiten wollten, hielt Kader sein Pferd im letzten Augenblick zurück. Halt mal, Alter, rief er hinter Matthias her, der gerade ins Haus gehen wollte. Hast du zufällig einen schönen, blonden Jüngling gesehen, der Löwenherz heißt? Matthias hielt mich an der Hand und ich spürte, wie er zitterte. Aber er antwortete ganz ruhig. Ich kenne kein Löwenherz. So, also nicht, sagte Kader. Aber wenn er dir mal über den Weg läuft, dann weißt du ja, was dem blüht, der ihn bei sich versteckt. Die Todesstrafe, das weißt du wohl, oder? Da machte Matthias die Tür hinter uns zu. Rutsch mir doch den Buckel runter mit eurer Todesstrafe, sagte er. Todesstrafe, das ist das Einzige, woran diese Menschen denken können. Das Geklapper der Pferdehufe war kaum verklungen. als Matthias schon wieder mit der Laterne draußen war. Und bald kam Jonathan von Dorn zerkratzt an den Händen und im Gesicht, aber froh, dass nichts Schlimmeres geschehen und Bianca jetzt auf dem Flug über die Berge war. Dann aßen wir in Matthias' Küche Abendbrot. Die Luke stand offen, damit Jonathan geschwind in sein Versteck zurück konnte, falls jemand kam. Zunächst aber ging Jonathan und ich in den Stall und fütterten unsere Pferde. es war herrlich, es war herrlich, sie wieder zusammen zu sehen. Sie hatten die Köpfe aneinander gelehnt, so dass man glauben konnte, sie erzählen sich alles, was sie inzwischen erlebt hatten. Ich schüttete beiden Hafer in die Krippe. Jonathan wollte mich erst daran hindern, sagte aber dann, na gut, dieses eine Mal, denn im Heckenrosenthal ist der Hafer nicht mehr für Pferde da. In der Küche hatte Matthias eine Schüssel mit Suppe auf den Tisch gestellt. Was anderes haben wir nicht und zum größten Teil besteht sie aus Wasser, sagte er. Aber es ist wenigstens etwas Warmes. Ich sah mich nach meinem Rucksack um. Mir war eingefallen, was ich darin hatte. Als ich den ganzen Brotstapel und meine Hammelfiedel auspackte, seufzten Jonathan und Matthias auf und ihre Augen leuchteten. Wie es mich freute, ihnen eine Art Festschmaus vorsetzen zu können. Jonathan schnitt dicke Scheiben von der Hammelfiedel. Dann erfüllten wir die Suppe und aßen dazu Brot und Fleisch. Wir aßen und aßen. Eine ganze Weile sprach keiner ein Wort. Schließlich sagte Jonathan, endlich mal wieder satt. Ich hatte schon vergessen, was für ein Gefühl das ist. Ich wurde immer zufriedener mit mir und fand es immer besser, und richtiger, dass ich ins Heckenrosenthal gekommen war. Jetzt konnte ich alles erzählen, was ich erlebt hatte seit dem Morgen, als ich von zu Hause fortgeritten war, bis zu dem Augenblick, als Feder und Kader mir dazu verhelfen, ins Heckenrosenthal zu kommen. Das meiste hatte ich wohl schon erzählt, aber Jonathan wollte es noch einmal hören, vor allem das mit Feder und Kader. Darüber lachte er genauso, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und Matthias auch. Ja, besonders schlau sind sie gerade nicht, diese Tengiel-Männer, meinte Matthias, auch wenn sie sich dafür halten. Sogar ich habe ihnen was vormachen können, sagte ich, wenn sie das gewusst hätten, dass sie ausgerechnet diesem kleinen Bruder, den sie so gern schnacken wollen, ins Heckenrosenthal halfen und ihn laufen ließen. Kaum hatte ich das gesagt, wurde ich nachdenklich. Vorher hatte ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Erst jetzt fragte ich, wie um alles in der Welt bist denn du, Jonathan, ins Heckenrosenthal gekommen? Jonathan lachte auf. Ich bin reingesprungen, sagte er. Reingesprungen? Wohl nicht etwa mit Grimm, fragte ich. Aber ja, antwortete Jonathan. Ein anderes Pferd habe ich doch nicht. Ich hatte es ja gesehen. Ich wusste, welche Sprünge Jonathan mit Grimm machen konnte. Aber dass er über die Mauer in das Heckenrosenthal gesprungen war, das konnte ich kaum glauben. Allerdings war die Mauer damals noch nicht ganz fertig, sagte Jonathan. Nicht überall. Nicht bis zu ihrer vollen Höhe. Aber ganz schön hoch war sie schon, das ist mal sicher. Ja, und die Wachen? fragte ich. Hat dich denn keiner gesehen? Jonathan biss in sein Brot und lachte. Doch, ein ganzer Schwarm war hinter mir her. Und Grimm bekam sogar einen Pfeil ins Hinterteil. Aber ich bin ihnen entwischt. Und dann hat mich ein guter Bauer in seiner Scheune versteckt. Und Grimm natürlich auch. In der Nacht hat er mich dann zu Matthias gebracht. So, jetzt weißt du alles. Nein, du weißt noch nicht alles, fiel Matthias ein. So weißt du noch nicht, dass die Leute hier Lieder von diesem Ritt und von Jonathan singen, dass er zu uns gekommen ist. Das ist das einzig Erfreuliche, was sich im Heckenrosenthal ereignet hat, seit Tengi hier eingefallen ist und uns zu Sklaven gemacht hat. Jonathan, unser Befreier, singen sie. Denn er wird das Heckenrosenthal befreien. Daran glauben sie. Und ich glaube es auch. Jetzt weißt du alles. Oh nein, sagte Jonathan. Noch weißt du nicht, dass es Matthias ist, der den geheimen Kampf im Heckenrosenthal leitet, seit Orwa in der Kattlerhöhle sitzt. Sie sollten Matthias Befreier nennen und nicht mich. Nein, ich bin zu alt, sagte Matthias. Er hatte ganz recht, dieser Feder. Ob ich lebe oder sterbe, ist einerlei. So darfst du nicht reden, sagte ich. Jetzt bist du doch mein Großvater. Ja, vielleicht muss ich deshalb noch am Leben bleiben. Aber einen Kampf zu leiten, dazu tauge ich nicht mehr. Dazu muss man jung sein. Er seufzte. Ach, wenn nur Orwa hier wäre. Aber er wird wohl in der Kattlerhöhle schmachten, bis Kattler ihn holt. Da sah ich, wie Jonathan blass wurde. Das werden wir ja sehen, wen Kattler schließlich bekommt, murmelte er. Doch dann sagte er, so, und jetzt an die Arbeit. Ja, das weißt du auch noch nicht, Krügel. Hier in dem Häuschen schlafen wir tagsüber und arbeiten nachts. Komm mit, ich werde es dir zeigen. Er kroch vor mir durch die Luke in den Schlupf und dort zeigte er mir etwas. Er schob die Matratze, auf der wir geschlafen hatten, beiseite und hob ein paar lose Dielenbretter hoch. Ich blickte in ein schwarzes Loch, das geradewegs in die Erde führte. Hier beginnt mein unterirdischer Gang, erklärte Jonathan. Und wo endet er? fragte ich, obwohl ich es mir denken konnte. In der Wildnis, jenseits der Mauer, sagte er. Jedenfalls soll er dort enden, wenn er fertig ist. Noch ein paar Nächte, dann ist es, glaube ich, geschafft. Er kroch in das Loch. Aber ein Stück muss ich noch graben, sagte er. Du kannst dir wohl denken, dass ich nicht unmittelbar vor Dodik auftauchen möchte. Dann verschwand er und ich saß lange da und wartete. Als er endlich wiederkam, schob er einen Trog voller Erde vor sich her. Er stemmte ihn zu mir empor und ich schleppte ihn durch die Luke zu Matthias. Gute Erde für meinen Acker, sagte Matthias. Hätte ich auch noch ein paar Erbsen und Bohnen zum Aussäen? Dann wäre bald Schluss mit der Hungersnot. Das glaubst du, sagte Jonathan. Von zehn Bohnen auf deinem Acker nimmt dir Tengiel neuen weg. Hast du das vergessen? Du hast recht, sagte Matthias. Solange Tengiel lebt, wird es im Heckenrosental nur Hunger und Not geben. Jetzt wollte Matthias hinausschleichen und den Trog auf seinen Acker ausschütten und ich musste mich an der Tür aufstellen und Wache halten. Falls ich auch nur die allergeringste Gefahr witterte, sollte ich pfeifen, hatte Jonathan gesagt. Ein besonderes Liedchen sollte ich pfeifen. Eins, das Jonathan mir vor langer Zeit, als wir noch auf der Erde lebten, beigebracht hatte. Wir hatten damals oft gemeinsam gepfiffen, abends, nachdem wir zu Bett gegangen waren. Also pfeifen konnte ich. Jonathan kroch wieder in sein Loch, um weiter zu graben und Matthias schloss die Luke und schob den Schrank davor. Präge es dir gut ein, Krümel, sagte er. Nie, niemals darf Jonathan dort drin sein, ohne dass die Luke geschlossen und der Schrank vorgeschoben ist. Vergiss nie, dass du in einem Land bist, wo Tengiel herrscht. Ich werde es nicht vergessen, versprach ich. In der Küche war es dämmerig. Auf dem Tisch stand nur eine einzige Kerze. Doch selbst die blies Matthias jetzt aus. Die Nacht muss dunkel sein, sagte er. Denn es gibt im Heckenrosenthal zu viele Augen, die sehen wollen, was sie nicht sehen sollen. Dann verschwand er mit dem Trog und ich stellte mich an die offene Tür, um Wache zu halten. Und dunkel war es, genau wie Matthias es haben wollte. Dunkel war es in den Häusern und dunkel war der Himmel über dem Heckenrosenthal. Kein Stern leuchtete und auch kein Mond. Alles war schwarz. Ich konnte nichts sehen. Dann sehen wohl auch all die Augen, von denen Matthias geredet hatte, nichts, dachte ich. Und das war ein Trost. Ich fühlte mich recht verlassen, wie ich dort stand und wartete. Und unheimlich war mir auch zumute. Matthias blieb so lange fort. Ich wurde unruhig, wurde immer unruhiger, je mehr Zeit verstrich. Warum kam er denn nicht? Ich starrte in die Finsternis. War es wirklich noch so dunkel? Plötzlich bildete ich mir ein, es sei heller geworden. Oder hatten sich meine Augen nur an die Dunkelheit gewöhnt? In diesem Augenblick brach der Mond zwischen den Wolken hervor. Etwas Schlimmeres konnte gar nicht passieren und ich bat Gott, Matthias möge zurückkommen, solange ihn die Finsternis noch ein wenig schützte. Doch schon war es zu spät. In vollem Glanz stand der Mond am Himmel und eine Flut von Mondlicht ergoss sich über das Tal. In diesem Licht sah ich Matthias. Schon von Weitem sah ich ihn, mit seinem Trog zwischen den Heckenrosenbüschen. Ich schaute aufgeregt umher. Ich sollte ja Wache halten. Und da sah ich auch etwas anderes. Dodik, den Fettwands Dodik, der auf einer Strickleiter, das Hinterteil mir zugewandt von der Mauer heruntergeklettert kam. Hat man Angst, fällt einem das Pfeifen schwer. Es klang also nicht sonderlich gut. Trotzdem brachte ich die Melodie einigermaßen zustande und schnell wie ein Wiesel huschte Matthias ins nächste Heckenrosengebüsch. Doch da war Dodik auch schon bei mir. Weshalb pfeifst du hier? brüllte er. Weil, weil, weil ich es gerade heute erst gelernt habe, stotterte ich. Früher habe ich nämlich nicht pfeifen können und heute konnte ich es mit einem Male. Willst du es hören? Ich fing wieder an. Aber Dodik hielt mir den Mund zu. Psst, still! befahl er. Ich weiß zwar nicht, ob Pfeifen verboten ist, aber möglich ist es ja. Ich glaube kaum, dass Tengiel damit einverstanden wäre. Außerdem sollst du die Tür geschlossen halten. Verstanden? Mag Tengiel denn nicht, dass die Tür offen steht? fragte ich. Das geht dich gar nichts an, sagte Dodik. Tu, was ich dir sage. Aber zuerst gib mir eine Kelle Wasser. Ich muss da oben auf der Mauer auf- und abtraben, bis ich was verdurste. Blitzschnell überlegte ich. Wenn er jetzt mit in die Küche kommt und Matthias nicht dort findet, was geschieht dann? Der arme Matthias. Todesstrafe für jeden, der nachts draußen ist. Das hatte ich nun oft genug gehört. Ich hole es dir, sagte ich rasch. Bleib hier stehen, ich hole dir Wasser. Ich lief hinein und tastete mich in der Dunkelheit bis zur Wassertonne. Ich wusste ja, an welcher Ecke sie stand. Auch die Schöpfkelle fand ich und füllte sie mit Wasser. Da merkte ich, dass jemand hinter mir stand. Ja, dort im Dunkeln, dicht hinter meinem Rücken stand jemand und etwas Unheimlicheres hatte ich kaum erlebt. Mach Licht, befahl Dodik. Ich möchte mir angucken, wie es in so einem Dreckloch aussieht. Mir zitterten die Hände. Ich schlottete am ganzen Leibe, aber schließlich gelang es mir, die Kerze anzuzünden. Dodik nahm die Schöpfkelle und trank. Er trank und trank. Er war wie ein Fass ohne Boden. Dann warf er die Kelle hin und sah sich mit seinen widerlichen Schweinsaugen misstrauisch um. Und dann fragte er genau das, worauf ich schon die ganze Zeit gewartet hatte. »Diese alte Matthias, der hier wohnt, wo steckt er denn?« Ich antwortete nicht. Ich wusste nicht, was ich antworten sollte. »Hörst du nicht, dass ich dich was frage?« sagte Dodik. »Wo ist Matthias?« »Er schläft,« sagte ich. Etwas musste ich mir ja einfallen lassen. »Wo?« fragte Dodik. Neben der Küche lag eine kleine Kammer und darin stand Matthias' Bett. Das wusste ich, wusste aber auch, dass er dort jetzt nicht schlief. Trotzdem zeigte ich auf die Kammertür und sagte, »Dort.« Ich piepste es hervor, so dass es kaum zu hören war. Es klang wirklich jämmerlich. Und Dodik lachte höhnisch. »Lügen tust du nicht besonders gut,« sagte er. »Na, dann wollen wir mal nachsehen.« Er grinste zufrieden. Er wusste, dass ich log und wollte Matthias wohl gern der Todesstrafe ausliefern. Vielleicht, um von Tenke gelobt zu werden. Was weiß ich. Gib mir die Kerze,« sagte er. Und ich gab sie ihm. Ich wollte wegstürzen, zur Tür hinaus, zu Matthias laufen und ihm sagen, er müsse fliehen, bevor es zu spät sei. Aber ich konnte mich nicht von der Stelle rühren. Ich stand stocksteif da. Und mir war übel vor Angst. Dodik merkte es. Und er genoss es. Er ließ sich Zeit. Ja, er grinste und zögerte absichtlich, damit ich noch mehr Angst bekam. Doch als er lange genug gegrinst hatte, sagte er, »Los, mein Börschchen. Jetzt zeig mir mal, wo der alte Matthias schläft.« Er riss die Kammertür auf und stieß mich hinein, sodass ich über die hohe Schwelle stolperte und hinstug. Gleich darauf zehrte er mich wieder hoch und stand mit der Kerze in der Hand vor mir. »Du Lügner, zeig ihn mir!« sagte er und hob die Kerze hoch, um besser sehen zu können. Ich wagte nicht, mich zu rühren und aufzusehen. Am liebsten wäre ich in den Boden versunken. Oh, wie verzweifelt ich war. Doch da hörte ich Matthias' verärgerte Stimme. »Was ist denn? Kann man nicht mal nachts in Ruhe schlafen?« Ich blickte auf und sah Matthias. Wahrhaftig, er saß dort in seinem Bett, im dunkelsten Winkel, der Kammer. und blinzelte ins Licht. Er trug nur ein Hemd und sein Haar war zerzaust, als hätte er lange geschlafen. Und gegenüber am offenen Fenster lehnte der Trog an der Wand. »War er nicht flink wie ein Wiesel, mein neuer Großvater?« Aber Dodi konnte einem beinahe leidtun. Noch nie hatte ich jemanden gesehen, der ein so urdummes Gesicht machte wie er, der dort stand und Matthias anglotzte. »Ich wollte nur ein Stück Wasser trinken,« brummte er. »Ein Stück Wasser? So, das ist ja hübsch,« sagte Matthias. »Du weißt ganz gut, dass Tengel es euch verboten hat, von uns Wasser anzunehmen. Wir könnten euch doch vergiften. Und wenn du mich deshalb noch einmal aufwächst, dann werde ich das auch tun.« Ich wusste nicht, wie er es wagte, so etwas zu Dodik zu sagen. Aber vielleicht war es ja der richtige Ton für einen Tengelmann. Denn Dodik grunzte nur und machte, dass er wieder auf seine Mauer kam. »Nein Stück Wasser«,